Solltest du vielleicht Tabletten nehmen gegen Schlaf wandeln? Schlaf wandeln nicht. Irgendwie muss dort hinkommen sein. Erstmal weil ich Brühl kaufen will. Was soll das noch mal passieren? Falls das noch mal passiert? Jo. Ich glaube ich hab deinen schönen Punkt das nächste Mal. Ich brauche einen Kaffee. Hab ich noch. Brauche ich nichts. Ah. Nein. Indern richtig. Du bist nicht verletzt. Interessant. Anfried. 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 Was ist das lange? Äh, ich fahr gerade mal auf den tanken. Ich fahr gerade mal auf den tanken. Ich fahr gerade mal auf den tanken. Okay. Wollte ich doch gerne. Mach einfach. Ich fahre ungern Kollegen. Okay, entscheide. Manche fahren nicht so gerne in die Polizei, damit ich nach Hause laufen kann. Ja, Schlaf waren wir wahrscheinlich. Ja, natürlich. Das Problem war, dass ich mein eines Auge offen hatte. Oder was? Ich hatte ein Auge offen. Nein, du hast gestraft man nicht. So, ich schlaf man nicht. Das passiert halt jedem mal. Das kann ich auch von nachvollziehen. Alles gut. Wann kriegen wir unseren Dodge? Da kommt der Rotfuchs. Ach so. Naja. Wann kriegen wir unseren Charger? Weiß ich nicht. Das frage ich nachher. Manni, wann kommt unser Charger? Wir kommen gar nichts mehr. Warum? Ihr seid böse immer. Ihr seid immer richtig böse. Wow. Hat er jetzt nicht gemacht. Schon wieder null Karma. Hey, ähm. Welcher Charger? Unsere neuen Fahrzeuge, die schonmal Probe haben, weil bei uns drin waren. Ach die? Die kommen gar nicht. Warum? Weil die, die Probe drin waren, verbuggt. Also komplett gelackt. Also dass das Serverprobleme oder Serverperformance komplett in den Keller gegangen ist. Es geht den Polizei Charger. Mir wurde gesagt, das wurde bearbeitet und die Sachen kommen. Dann dauert das aber noch. Ich suche gar ja heimat Tobi. Warum haben eigentlich alle eine goldene Uhr? Die war im Sonderaus verkauft. Meine hab ich von einer alten toten Oma geklaut. Okay. Du rennst mit der Dame nur herum? Das ist ja... Sieht aber komischerweise genauso aus wie deine. Ich lasse bezahlt. Hauptsache... Ich hab nur einen Dollar drin. Hauptsache, wenn du jetzt in deinen Augen guckst, sieht Silber aus. Wenn du die Hinterkopfkamera nimmst, sieht die Gold aus. Richtig Eidator. Tatsächlich. Gibt das jetzt schon wieder mit oder was? Oha. Wer den Chef geschlagen. Ja. Degradieren kannst du nicht mehr da, ich stehe da unten dran. Wie, was machst du denn da? Politik. Nein. Hey! Wir haben einen Einsatzkollege. Ja, so mal ein Gefängnis. habe ich auch so das gefühl gerade frag mal nach frag mal noch die sind beide da oben muss deine karte neu öffnen es hört sich an wie ein flugzeug was blech abkürzen wird sie doch ganz danach aus wieso fliegt doch ganz normal ja aber das land mit dem ding ist unmöglich das ding mal geflogen würde ich nicht tun das ist 30.000 in den sand gesetzt polizei latschle von der fahrer latschle kommen der motor geht noch aber ich falle erst auf das blau auf das grüne zeichnung vorher mache ich nicht in der zeit schwingen wir ein bisschen schere stein papier wahrscheinlich ist einer von der zwelle latschle polizei latschle von der fahrer latschle kommen jetzt ist es zu ja wie geht es ja und so weit so gut und selbst wir sind total froh dass sie hier sind ja ja ganz ruhig ja ja total froh dass kannst du das mal mit deinen leuten geregelt bekommen bitte dass sie mal ihre verdammte latschle setzen sollen ja das kriegen wir so jeden pass mal auf das macht man ganz schnell und jetzt wird er aggressiv jetzt wird es jetzt wird es laut sagt er so besetzt eure gottverdammte drecksleitstelle hier dreckigen huren so ich sollte heute nicht den blinkern machen ich wollte jetzt mal schnell so wer ist denn ich gucke mal ähm wo wollte ich es der löser sehen ja polizei latschle von der fahrer latschle kommen ich such es jetzt gar nicht weißt du und dann dürfen wir uns von denen anhören wir fahren da hin du hast noch eine schießerei ja ich weiß ich weiß vollkommen was du meinst ich so jetzt jetzt erlebt der ludois sogar mal was wir erleben das erlebe ich nicht so scheiße die kopf doch sind du siehst was ich aufhabe red vielleicht nicht so eine käppi so die ist gerade tot die leitstelle ist tot wie wärs wenn dann ein anderer das übernimmt dann macht man eine ersatzleitstelle das ist der zweite der tot ist wahrscheinlich den gibt es noch nicht mehr gar nicht mehr wie den gibt es nicht der hingeflogen ist ach so ok ich würde euch das jetzt gerne sagen aber darf ich nicht benutzen ich habe ja gerade ich weiß warum da keiner antwortet weil das halt nicht benutzen ist jetzt gerade kein das ist nicht und dann schreibt man mal eben auch auf rp im TS was los ist weil ich weiter flamen kann ey da kannst du nicht flamen in der trauerfeier oder so in der trauerfeier betrifft die 2 die 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 Das reicht doch nicht, wenn man einmal drückt. Man muss fünfmal drücken. Und der Kollege, der neben den zwei steht, was ist mit dem? Ist auch schon X oder wie? Neben jedem von den zwei steht einer. Danke fürs Forderung. Wow. Ähm, ja. Alles klar, Manfred kann es aufsteigen. Warte mal kurz. Willst du mir das auch über TS schicken? Ahhhh. Warte mal, ich bin gleich wieder da. Das ewige stehen mir. Für dich zu Anfang. Silberstein. Amaya. Was willst du? Wird schon so böse behandelt. Ich verstehe. Na dann. Wer ist nix? Warte mal kurz. Ich verstehe. Willst du nicht? Nein. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. ich weiß es reicht einmal zu senden gibt es mehrere drogen dealer ja wir haben zwei stück ich hab ja mal meine ruhe aber nein zumindest wie ich da bin oder ich da aber nicht man das wird man vielleicht mal machen ja 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 hallo oldtown schreibt er welches ist der besten der ist in oldtown beim drogendealer du schwein das ist doch direkt da vorne ja ja mann ich weiß wo ich diese Hüte hab gehen wir mal die gekakelte Anschluss zu ja auch das muss man auf diesen tollen Server machen jetzt auch eine aber ich bin die gleich ich muss auch sagen aber so ein Taktor von der Tür das wäre echt mal eine Idee hat das jetzt los so weit er jetzt mit dem Abschlepper wird was habe ich jetzt verpasst was habe ich jetzt verpasst Abschlepper Unfall ist meistens kaputtes Auto ja kann aber auch gegen die Tür gefahren sein und jetzt selber bestätigt sein also im Kopf oder so Hallo Hallo es gibt keine andere Chris ja Hallo grüßt du gern unter Autos herum Moment Moment wir müssen ja auch mal unten rum gucken wie die sind alles klar Hallo wie ist das aus komisch sehr komisch warte das guck ich mir jetzt in deiner GoPro an soll ich reparieren soll ich den Kopf abschrauben any unit in a central area an officer wounded all available units respond